Nanu, die Frau sieht aber genau wie das Gegenteil von Amira Pocher aus. Oliver Pocher mit eindeutigen Worten zu neuesten Liebesgerüchten. Vor wenigen Wochen machte Oliver Pocher die Trennung zu seiner noch Ehefrau Amira Pocher bekannt. Beim Deutschen Fernsehpreis, auf satt. Ein Uhr nachts Freitag, 29. September, schmiegte sich jedoch eine andere Frau ganz eng an den Comedian. Hat Oliver Pocher etwa Trost in den Armen einer anderen Promi-Dame gefunden? In seiner Instagram-Story äußerte sich der 45-Jährige nun zu den Liebesgerüchten auf seine typische, eigene Artikel. Oliver Pocher bezieht Stellung zu Liebesgerüchten. Am 28. September verfasste Oliver Pocher emotionale Zeilen zum 31. Geburtstag von Amira Pocher. Die selbst seine Kritiker wohl berührten. Nur einen Tag später sah man den 45-Jährigen beim Deustchen Fernsehpreis lächelnd an der Seite einer anderen Frau, nämlich neben Eveline Burdecki. Hat sich die einstige Dschungelkönig dem Comedian etwa geschnappt? Laut einem Bericht der Bild sollen die beiden im Backstage-Bereich sogar zwischenzeitig Händchen gehalten haben. Nun reagierte Oliver Pocher in seiner Instagram-Story auf die jüngsten Spekulationen. Fun Fact. Ich hatte mit jedem beim Fernsehpreis intensiven Geschlechtsverkehr. Von Luke, gezwungen, zu Jorge, gewollt, Joko und Klaas, 15 Minuten, Bill und Tom, durch den Monsoon, Giovanni und Jana Ina, auf die Nachbarschaft, bis hin zu Eveline Burdecki, steht im Management-Vertrag, zu Anna Ermakova, alleine schon wegen Boris. Damit will der Comedian wohl auf seine Art und Weise sagen, dass er die Gerüchte um sein Liebesleben nicht zu ernst nimmt und seine Fans es ebenfalls nicht tun sollten. Schaut und hört man sich die vergangene Podcast-Folge des einstigen Pocher-Traumpaares an, dann weiß auch jeder, dass Oliver Pocher mit dem Herzen noch sehr an seiner Ex Amira hängt. Als sie über die Gründe für ihre Trennung redeten, kamen den beiden vor Live-Publikum die Tränen. Viele Follower haben die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback deshalb noch nicht aufgegeben.